Hallo und herzlich willkommen zu Full Throttle, schräg, schräg Vollgas Remastered. Ich bin euer Mr.Banner1974 und das ist der alte Ben. Und der alte Ben fährt jetzt nicht mit seinem Motorrad zum Turm, sondern geht zu Fuß zum Turm. Warum er das macht, verstehe ich nicht, aber vielleicht tut er auch mal was für seine Gesundheit. Mein Gott. Bauch, Beine, Po, ich habe keine Ahnung, aber macht jetzt für mich nicht viel Sinn. Aber, gut. So, pack das Ding mal an. Ja. Haben Sie das gehört? Er ist wieder am Benzintaum. Er hat vielleicht Narven, das Dreckstück. Los, schnappen wir ihn uns. Alle einhalten mir nach. Lassen Sie sich auch Zeit. So, komm. Jetzt nimm... Ich hoffe, du fährst mit deinem Bike selber dahin. Gut, macht er. Er hat meinen Plan verstanden. Auch hier wieder Bruder von der Geburt getrennt. Ben, wieso bist du hinter uns? Wo sind die Krawatten? Corley macht einen Boxenstopp. Der hat eine Blase wie ein Fingerhut, Mann. Ripburger? Hab ihn ne Weile nicht mehr gesehen. Ben, wie sieht's aus, Mann? Hast du irgendwas gefunden? Kriegen wir irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Wir stecken drin. Steck mir den Kopf in einen Eimer. Denn wir sind im Whisky geschwommen. Schöner als sie, das ist keine. Sie hat mir den Atem genommen. Eines Tages, da lieg ich im Sarg. Sie ist ne Frau mit nem Rad, wie ich's mag. Komm schon, alter Mann. Hab ich dich. Jetzt mach irgendwas Kriminelles. Überfall irgendwen oder sowas. Aha, die Handlung verdichtet sich. Du hättest in den Sitzungen nicht über mich lachen sollen, Malcolm. Was für ein Psychopath. Hab dich. Hey, sieh mal, Boss. Das hat er in den Büschen gesch... Was ist das? Ein Augenstecher. Komm her und ich zeig's dir. Es hat ne Kamera. Ich krieg sie. Nein, Nestor wird sich schon um sie kümmern. Du hast eine sehr wichtige Verabredung mit dem Rest der Corley-Familie. In Ordnung. Aber vergiss nicht, die Kamera zu zerstören. Ja, ja. Also dann, Malcolm. Noch einen für unterwegs. Corley? Corley? Ben. Ich schätze, Ripperger konnte nicht auf meinen natürlichen Tod warten. Das passt zu ihm, jemanden zu schlagen, der schon am Boden liegt. Ripperger hat das getan? Ja, er wusste, ich würde sterben. Und er wusste, mit meinem Testament setze ich ihn auf die Straße. Ben, jetzt will er Corley Motors übernehmen. Verkauft es an Ausländer. Entlässt Arbeiter. Und baut Kleinbusse. Verstehst du mich? Kleinbusse! Armageddon! Du musst dich an ihm für mich rächen, Ben. Versprich mir, dass du ihm sehr wehtun wirst. Das verspreche ich. Ich möchte, dass meine Tochter die Firma übernimmt. Du hast eine Tochter? Ja, und sie ist wirklich ein Mechaniker-Genie, Ben. Schon mit vier hat sie ihren ersten Vergaser repariert. Ich habe sie immer meinen kleinen Wirbelwind genannt. Finde meine Tochter, Ben. Finde Maureen. Maureen? RIP-Burger ist ein ganzes Stück vor mir. Ich hoffe nur, Maureen kommt klar, bis ich da bin. Ich denke, ja. Hm, die Pistole verstehe ich ja noch. Warum sollte er eine Kamera mitbringen? Für wen arbeitet der Kerl? Calling Motors? Nestor, was bewegt sich denn da drüben bei diesem Haufen? Ich weiß nicht, RIP, aber ich glaube, dieser Haufen ist Bolas. Ja, jetzt erinnere ich mich. Du bist der Kluge von euch beiden, nicht wahr? Da ist Moes Hütte, aber ich sehe keine Limousine. Vielleicht erwische ich die Kerle hier. Auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Ist irgendwas denn? Okay. Was haben sie aufgeräumt? Das ist das Bild von Mo und Onkel Pete auf seiner Nerzfarm. Sie hat gesagt, dort fährt sie immer hin, wenn sie eine Weile Ruhe brauchte. Das ist wohl meine einzige Hoffnung im Moment. Okay. Sieht aus, als wäre das hier in Eile durchsucht worden. Nichts als Trümmer, bis auf diese kaputte Kamera. Rückwand offen. Kein Film drin. Hm. Mo hat gesagt, sie hätte keine Kamera. Ja, ist das doch wohl von unserer kleinen Hobbyspionin. Da ist nichts, was man sich angucken muss. Das ist das Schöne von den Shortkeys. Also, da ist nichts. So, dann schnapp dir da mal dein Bike. Ah, da kommen wir auf der Straße. Ah, da kommen wir auf der Straße. Die Dichung wieder. So viel zum Thema Rückkehr zum Tatort. Sie werden sehr bald hier lang kommen. Ich brauche einen Plan schnell. In eine andere Richtung fahren. Aha, da kann ich ja auch gehen. Okay. Geht's in den Norden. Ah. Hey, Killer. Was? Hey, immer cool bleiben. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was für ein Geheimnis. Siehst du keine Nachrichten? Und jetzt wieder zu unserem Top-Thema heute Abend. Malcolm Colley, der Besitzer von Colley Motors, wurde heute tot an einem Rastplatz in der Nähe von Mellowmeat aufgefunden. Offenbar wurde der großherzige und sozial engagierte Firmengründer. Brutal und gewaltsam mit einem Stock erschlagen. Unmenschlich roh und ohne jede Gnade. Die Polizei hat eine kriminelle Motorradgang in Gewahrsam genommen, die unter dem Namen die Polecats bekannt ist. Nein. Mit Ausnahme ihres Anführers, der sich immer noch auf der Flucht befindet. Am Highway 9 wurden mehrere Straßensperren aufgestellt. Und die Polizei verstärkt ihre Suche nach diesem gefährlichen und skrupellosen Kriminellen. Wir sind reingelegt worden. Ach. Straßensperren sind scheiße. Ich hätte die Gang nicht hier lassen sollen. Hey, davon will ich überhaupt nichts hören. Du willst mich doch nicht nachträglich zum Mitschuldigen machen. Bleib einfach ruhig, Mann. Noch mal eine Lehrstunde. Lass mich mal erzählen, was passiert ist. Ich habe gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. Ich konnte Nasenringe nie leiden. Lass mich mal erzählen, was passiert ist. Ich habe gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. Er will da nicht hören. Was bist du denn für einer? Emmett. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Na, es ist wohl wahr. Dann erzähl mal deine Story, Emmett. Ich kann das. Kannst du vergessen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Scheinst du eine Menge Zeit zu haben. Abgesehen davon, deine Hand zu durchlöchern. Ist das dein Truck vor der Tür? Ich brauche jemanden, der mich mitnimmt. Sehe ich aus wie ein Taxi? Verschwinde. Außerdem lassen die sowieso niemanden durch die Straßensperre. Nicht mal Trucker? Die haben mich zurückgeschickt. Meinten, reine Polizeiangelegenheit. Schweine. Sieh mal, ich brauche wirklich jemanden, der mich mitnimmt. Kannst du vergessen. Warum? Weil du vor ein paar Bullenschiss hast? Nein, weil ich dich nicht leiden kann. Hallo, gibt es irgendeinen, der Benni leiden kann? Also bitte. Ich stehe kurz davor. Geil. Ich glaube nicht, dass das dem Tisch gut tut. Hey, Quahawk. Ja, Emmett? Ich steche hier ein bisschen auf dem Tisch rum. In Ordnung? Der Kunde mit dem Messer hat immer recht. Ist auch geil. War nett, mit dir zu plaudern. Nette Leute, deine Gäste. Naja, Emmett ist nicht gerade der Ich-bin-okay-du-bist-okay-Typ. Oh, mach den Kopf zu, Quahawk. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ach, da können wir... Ja, dann müssen wir mit Sicherheit dahin. Hey! Hahaha. Ben, keine Zeit zum Reden. Weißt du, da drin stinkt es zwar ein bisschen, aber ich hab noch nie besser geschlafen. Du musst mir helfen. Such meinen Redakteur in Corville. Sag ihm, dass ich Bilder vom Corley-Mort habe. Du hast Fotos? Ja, aber irgendein Kerl hat meine Kamera genommen. Also, hast du keine Fotos? Naja, ich hab den Kerl bis Mellon Reed verfolgt. Aber dahin kriegen mich keine zehn Pferde mehr. Die bringen mich um! Hol meinen Redakteur! Er muss mich hier rausholen! Nimm einen dieser falschen Ausweise, um durch die Straßensperre zu kommen. Gut sortiert. Meine Karriere hängt von diesen Bildern ab. Hilf mir, Ben! Du bist meine einzige Hoffnung! Oh, keine Sorge. Ich schulde dir was. Wenn Mirandas Kerl derselbe ist, der Moos Hütte verwüstet hat, dann könnte das Mirandas Kamera gewesen sein. Aber wer hat dann den Film? Den fasse ich nicht mehr an. Nimm das. Hör auf damit! Und das. Hör auf damit! Ich konnte das stundenlang machen. So. Gucken wir mal, was wir jetzt da Schönes gekriegt haben. Vielleicht bringt uns das mal weiter. Alter! Hier. Was ist das? Gefälschter FBI-Ausweis. Könnte bei der Straßensperre nützlich sein. Jemals was von Onkel Peets Nerzfarm gehört? Ich erinnere mich, dass es da an der Straße mal so eine Art Wieselzucht oder sowas gegeben hat. Den Highway 9 runter. Auf der anderen Seite von diesen verdammten Straßensperren. Da hab ich immer günstig Nerzfleisch gekauft, um es an Schulküchen fürs Mittagessen zu verkaufen. Hehe, diese Sache hat sich echt gelohnt. Also. Nimmst du mich mit? Was, wenn sie hinten rein sehen und mein Bike finden? Es ist vergraben. In konzentriertem Dünger. Na super. Vertrau mir. Niemand gräbt in diesem Dreck rum. Also. Du wirst im Motorraum mitfahren. Im Motorraum? Hey, da drin schmuggle ich immer mein Zeug. Und das meiste davon ist weit mehr wert als du. Also, schieb deine Knochen rein. Dann sind wir morgen früh bei dieser Nerzfarm. Ich hoffe, du kannst mit einer Gangschaltung besser umgehen als mit dem Messer. Ja, ja. Na toll, riecht so, als hätte er ein Benzinlenk. Ich liebe Motorbrände. Kannst du ja nochmal umsiedeln und mit Bus und Bahn fahren. Tut mir leid, Sir. Ab hier nur noch für Polizeipahrzeuge. Ich gehöre zum FBI, Kollege. Prüfen Sie es nach. Hä? Und was tun Sie hier? Geheime landwirtschaftliche Untergrundoperation. Was haben Sie geladen? Dünger. In Ordnung. Fahren Sie durch. Ich hoffe, ihr kriegt euren Mann. Geheime landwirtschaftliche Untergrundoperation. Ja, sind wir noch da. Probleme mit dem Truck? Loser Schlauch. Nichts Besonderes. Ich hab deine Maschine schon rausgeholt. Steht da drüben. War nötig, kennenzulernen. Muss wieder los, weißt du? Oh oh. Ja, ah. Er hatte ein Benzinleck. Und zum Reparieren hat er meine Benzinleitung genommen. Arschloch. Dafür bringe ich diesen Trucker um. Gut. Das heißt, hier geht's dann also in der nächsten Folge weiter. Ich bin euer MrWenner1974. Das ist Ben von Full Throttle Vollgas Remastered. Und ich kann's schon mal sagen, für die Leute, die mal so wissen wollen. Ich weiß ja ungefähr, wie lang das Ding ist. Also wir haben schon, ich würde sagen, ein Drittel. Also nur damit ihr mal seht, das ist nicht wirklich lang, das Ding. Aber egal. Atmo hat's immer noch. Und ich freue mich schon auf die Highway Prügelei. Wer die noch in Erinnerung hat. Also wir müssen tatsächlich nachher gegen die ganzen Gangs antreten und uns bewaffnen. Und so schöne Sachen. Naja. Tim Schäfer und seine Actionsequenzen. Ihr kennt das. Egal. Ich bin euer MrWenner1974. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Meddl.